herzlich willkommen zu unserem heutigen cap trader webinar mein name ist mauro heller heute bei mir urban jäckle und es geht um drei handelsstrategien mit etfs und aktien die auch in der krise funktionieren ja ich bin da wahnsinnig gespannt was sie heute mitgebracht haben herr jäckle freut mich dass sie heute hier sind und spannendes thema mitgebracht wir haben auch ein paar kurzumfragen hier tatsächlich für sie und zwar ich würde einmal kurz beginnen wäre schön wenn sie da ein bisschen mitmachen würden wir haben hier einmal sind sie denn schon cap trader kunde ja oder nein gibt es zur auswahl das hält sich ziemlich die vage aktuell wir warten mal bis alle abgestimmt haben jetzt verändert sich nicht mehr allzu viel so wir haben hier kunde von cap trader 53 prozent ja und 47 prozent nein ja mensch was ist denn da schief gelaufen bisher ja also bis jetzt sind sie noch kein kunde ja aber ich hoffe wir können sie auch aufgrund unseres schönen angebotes an webinaren irgendwann vom gegenteiligen überzeugen jetzt machen wir einmal weiter wir haben nämlich nicht nur das mitgebracht sondern auch sind sie kunde des feierabend depots treffen sie ihre auswahl jetzt das ist ja sehr schön auch hier die letzten zehn sekunden laufen okay wir schließen die umfrage ich übertrage das ergebnis 33 prozent ja und 68 prozent nein mensch herr jäckle da haben wir noch einiges an überzeugungsarbeit zu leisten heute ja ich kenne die strategie des ivy portfolios noch eine kurze abstimmung damit wir uns besser auf sie einstellen können hier ich komme mir vor wie ein moderator einer glücksshow hier gerade nichts geht mehr rienne war blü und wir haben hier ja sehr gut mit 18 prozent ja grob 28 prozent er nicht 28 prozent und noch nie gehört haben es ebenfalls 28 prozent unserer zuhörer last but not least ich habe schon optionen gehandelt jetzt bin ich gespannt das ist eines meiner lieblingsthemen der optionshandel wunderbar treffen sie jetzt ihre wahl nichts geht mehr ja oft mit 26 prozent ja aber selten mit 17 prozent und 57 prozent haben noch nie optionen gehandelt da haben sie tatsächlich was verpasst ja weil es ein sehr schönes handelsinstrument ist jetzt würde ich folgendes vorschlagen herr jäckle wenn sie soweit sind dann kriegen sie von mir das zepter in die hand ja bin bereit zum moderator es wird heute sehr viel praxis geben also ich handel die strategien selber ich setze die um und es ist eine reise im prinzip erst über etfs ganz langsame strategien dann über aktien strategien zum feierabend depot und zum schluss über optionen und da zeige ich auch mein live depot was ich im mai bei cap trader aufgemacht habe und heute ist nicht gerade so der beste tag dafür umso spannender wenn wir gleich reinschauen weil heute ist natürlich jetzt geht die geht gerade der markt ziemlich unter wasser und ich bin da mit optionen unterwegs wird sehr spannend das wird aber das letzte sein wir fangen an mit etfs mit dem ivy portfolio ich habe gesehen ungefähr die hälfte kennst so ein viertel kennst ganz gut für die müssen jetzt halt das noch mal haben es vielleicht schon gehört von anderen seminaren von mir aber über die hälfte kennst noch nicht und damit fange ich heute an also alles was ich heute zeige hier kann natürlich fehlerbehaftet sein ich mache das nach meinem besten wissen und gewissen ganz wichtig es sind alles riskante instrumente also etfs sind riskant aktien sind riskant optionen sind so riskant dass man sogar noch mehr geld verlieren kann als man einsetzt sie handeln definitiv immer auf eigenes risiko ich kenne ihre persönliche situation nicht und ich gehe davon dass sie erwachsen sind und für alle ihre handlungen selbst die risiken und die verantwortung tragen gut dann fangen wir an also es geht los mit ets strategien 5 11 5 das zielergebnisse wie am aktienmarkt aber mit niedrigeren rückgängen so aktienmarkt ziel wie am aktienmarkt dieses jahr 20 30 prozent rückgänge aber wenn man so auf die letzten jahre jahrzehnte guckt zehn prozent hat man eigentlich im aktienmarkt am s&p 500 zumindest im durchschnitt verdienen können aber man hat halt auch immer wieder relativ große rückgänge gehabt und das ziel von dieser ersten strategie die vorstelle ist eine ganz einfache strategie ist in diesem buch beschrieben das ziel ist eben diese renditen so zehn prozent pro jahr zu erzielen aber mit niedrigeren rückgängen als am aktienmarkt also die rückgänge sind zu zehn bis zwanzig prozent und das ist die strategie die wurde vorgestellt von diesem herrn hier mit faber us-fonds manager habe es auch hier schon 2018 in der börse online mal artikel gehabt und die strategie läuft seither mit den gleichen unveränderten regeln also das buch war 2008 dieser börse online artikel 2018 und diese backtests die ich jetzt zeige sind also exakt mit den gleichen regeln durchgeführt von dieser strategie und das zeigt auch die robustheit der strategie also hier in diesem buch das gibt es leider nur auf englisch sei wie portfolio von diesen herrn hier mit faber wichtigste regel wenn du merkst dass sein todes totes pferd reitet steigt ab also sprich übersetzt werden wir gleich sehen wenn die börse fällt wenn die indizes fallen rechtzeitig aussteigen und was das rechtzeitig ist werden wir auch gleich sehen diese strategie von mit faber fußt auf diesem prinzip des ivy portfolios ivy portfolios sind die strategien der elite universitäten harvard und jahle war dieser mensch david zwensen verantwortlich von 1985 seine performance hier in schwarz ganz grob das graue werde inflation aber ich will jetzt hier nicht zu zu lange mich aufhalten sondern direkt in die regeln gehen die strategie hat nur zwei regeln und zwar wir handeln fünf marktgruppen die man hier sieht in diesem kuchen us-aktien immobilien anleihen rohstoffe und aktien restwelt und man rotiert quasi zwischen diesen fünften marktgruppen nach zwei regeln die man immer nur einmal im monat anwendet immer zum monatsende die erste regel ist verluste begrenzen also wenn eine marktgruppe unter den zehn monatsdurchschnitt fällt wird sie verkauft es können auch mal alle marktgruppen verkauft sein dann geht man in kurzfristige anleihen und die zweite regel ist dass man immer in die marktgruppen investiert die gerade am stärksten steigen die erste regel verluste begrenzen hier sehen wir den s&p 500 in schwarz seit 1900 bis 2008 hier hat er mit faber sein buch geschrieben gerade das war dieser lehman crash hier und die obere kurve ist wenn man einen zehn monatsdurchschnitt drüber liegt also immer wenn der s&p 500 unter den zehn monatsdurchschnitt fällt geht man flat in die kurzlaufenden anleihen und dann sieht man wenn man das gemacht hat hat man ein besseres ergebnis als s&p 500 sieht aber jetzt nicht so groß aus der unterschied weil es eine logarithmische skala ist wenn man sich das mal anschaut auf einer linearen skala dann sieht man dass es einen riesigen unterschied ausmacht dieser diese begrenzungen was noch zeigen wollte ob das jetzt zehn monate sind zwölf monate acht monate sechs monate das habe ich hier alles mal getestet das ist nicht so wichtig aber wichtig ist dass man da irgendeine bremse drin hat um diese verluste zu begrenzen das ist die wichtigste regel und die war in dem ja auch wirklich wichtig weil die strategie ist dann irgendwann mal aus den aktien ausgestiegen im märz oder so werden wir gleich sehen der trend der letzten zehn monate entscheidet in welche akt in welche marktgruppen man reingeht wie gesagt es sind fünf marktgruppen hier sehen sie jetzt sieben aber die zwei hier unten das ist nur die inflation zum vergleich consumer price index und kurz laufende anleihen die inflation wäre jetzt höher das ist noch von 2012 ich will hier nur das prinzip erklären also von diesen fünf marktgruppen geht man immer in die reihen die die letzten zehn monate am stärksten gestiegen sind zehn monate hier hat man immer so ein jahr also es wäre hier so ein ganz kurzes stückchen wenn man hier zum beispiel starken anstieg hat 2002 in den aktien restwelt wären das hier und in den immobilien zum beispiel und das sind die stärksten anstieg dann geht man in diese zwei marktgruppen rein und das schaut man jeden monat zurück und macht es ganz konsequent und ist immer in maximal drei von fünf immer zu je 33 prozent und wenn die dann zum beispiel hier gab es diesen exzess 2008 die rohstoffe hier am hoch und dann gab es diesen immobilien crash mit der lehmann krise und dann geht man aus den allen raus sobald die unter den zehn monats durchschnitt gehen da hat man dann ein drawdown natürlich aber man kriegt nicht diesen dicken drawdown wie die märkte selber weil man irgendwo hier rausgeht und dann wäre hier die einzige anlageklasse noch anleihen dann wäre man hier zu einem drittel in den anleihen was durchaus auch langläufer sein können und zu zwei dritteln wäre man dann in kurzlaufenden anleihen so genannter cash das sind die beiden regeln und wenn man diese strategie anwendet dann bekommt man dieses ergebnis hin man muss es wirklich nur einmal im monat sich angucken und dann kommt man tatsächlich auf 10,3 prozent pro jahr im schnitt bei einem maximalen rückgang von 18 prozent und hier ist die tabelle hier ist 2022 das hört aber hier im mai auf weil das will ich ihnen gleich live mal noch an der software zeigen hier ist noch der aktuelle stand vom 26.09 das hat sich nicht so viel verändert die rohstoffe wären jetzt auch raus aber da schauen wir jetzt gleich mal drauf und gehen mal direkt in die backtest software armebroker kennen also wahrscheinlich 10 bis 20 prozent der kunden die mich kennen kennen auch schon diese software da mache ich auch kurse damit müssen sie jetzt nicht alles verstehen sie müssen nur verstehen dass das quasi rein systematisch nach diesen regeln fünf marktgruppen sortiert dass ich hier auch gebühren einstelle 0,1 prozent pro trade was für etfs ok ist weil die sehr liquide sind und wir haben eh nur maximal drei trades pro jahr das ist eine ganz entspannte strategie wenn wir das testen dann bekommen wir eben so eine kurve die wir gerade schon gesehen haben und können jetzt aber auch mal hier zum beispiel die rückgänge anschauen der größte rückgang der strategie war hier im jahr 2008 als eben diese ganzen marktgruppen in der lieben krise gefallen sind ziemlich gut sind wir durchgekommen durch das jahr 2000 15 prozent rückgang da haben ja manche aktienmärkte zum beispiel die s&p 555 prozent verloren oder auch die nasdaq 80 prozent und sehr gut auch durch die ganze corona krise also seit 2008 war der größte rückgang 8 prozent das ist schon wirklich gut und im letzten jahr haben wir auch viel rendite geholt fast 30 prozent aber das eher untypisch typisch ist eher so 10 prozent im schnitt man hier das so sieht und dieses jahr also ich hatte angekündigt minus 1,2 prozent jetzt sind wir bei minus 2 prozent aber es ist verkraftbar wenn man sieht was man mit aktien verloren hat ist es ganz okay weil wenn man sieht wenn es wieder steigt dann kommt man wieder in die marktgruppen rein und kann wieder geld verdienen und jetzt ist halt gerade so eine phase wo die bremsen wirksam sind was wir sehen wir sind jetzt nur noch long in einer marktgruppe also ich sehe das weil hier sind wir jetzt exit date wir sind noch drin in den rohstoffen und die aktien und die immobilien die sind hier ende april rausgeflogen haben zwar beide hier so einen kleinen verlust gemacht aber dieser rohstoff trade der hat schon gestartet hier im januar 2021 also hier ist man reingegangen und jetzt muss man raus weil jetzt dieser 10 monatsdurchschnitt zum monatsende das ist morgen nach unten durchbrochen wird und dann wird man auch in der strategie in die kurzlaufenden anleihen gehen dann müssen wir warten bis es wieder hochdreht aber das ist eine ganz langfristige strategie keine angst in dem seminar wird es noch ein bisschen spannender aber ich meine mit der strategie kann man einfach 10% pro jahr im schnitt hätte man verdient ob das 10% in der zukunft bleiben ist zweifelhaft natürlich weil wir haben jetzt nicht mehr solche Phasen mit Zinssenkungen und so weiter aber das Ziel von der Strategie ist vor allen Dingen so viel aus dem Markt rauszuholen wie geht aber immer die Risiken zu kontrollieren also geringe Rückgänge und hier sieht man warum war hier der Einstieg weil wir hier 2, 4, 6, 8, 10 Monate gut gestiegen sind also immer die letzten 10 Monate hier die bestimmen in welcher Marktgruppe wenn man geht darum hat man die hier gekauft zum Monatsschluss und hat diesen ganzen Trend mitgenommen hat halt nicht hier oben verkauft was besser gewesen wäre sondern verkauft jetzt hier hat aber immerhin hier ungefähr 70% oder irgendwas dann mitgenommen mit diesem Rohstoff Trade 65% so das war die erste Strategie jetzt gehe ich da wieder zurück wir schauen auf den aktuellen Stand also wie gesagt die Rohstoffe werden jetzt gleich verkauft werden zum Monatswechsel weil sie da drunter gefallen sind unter den 10 Monatsdurchschnitt hier sehen wir immer diese lineare Regression also der Trend wird bestimmt mit einer Regression über die letzten 10 Monate sind wir hier noch am steigen bei den Rohstoffen trotzdem dass wir drunter gefallen sind bei allen anderen nicht mehr bei den Immobilien sieht es schon schlecht aus da ist man hier rausgegangen und bei den US-Aktien ebenfalls Abwärtstrend da wird man jetzt nicht kaufen können immer unter der grünen Linie das ist der 10 Monatsdurchschnitt das ist sowas wie die 200-Tage-Linie darf man nicht investieren in eine Markgruppe niemals und das ist die wichtigste Regel Aktienrestwelt sehen wir hier auch nicht investierbar und die Anleihen Wahnsinn was die dieses Jahr mitgemacht haben hier war zum Beispiel Corona das ist ein Anleihen-ETF der verschiedene Anleihen beinhaltet auch Unternehmensanleihen wir sehen hier in Corona kurzer Spike und dann kam die Notenbank zu Hilfe mit massiven Corona-Rettungsmaßnahmen Stützungsmaßnahmen und jetzt ist der Markt hier trotzdem drunter gefallen über die Zinserhöhungen und auch diese langlaufenden Anleihen sollte man im Moment meiden so das war die erste Strategie diese ganzen Strategien also zwei ETF-Strategien und diese Aktienstrategie da gibt es jetzt auch über ein Angebot von mir was ich jetzt auch mal teilen will nämlich Sie können das hier bestellen indem Sie einfach auf meine Webseite gehen feierabenddepot.de dann hier klicken dann kommen Sie auf diese Seite und dann ganz wichtig dann können Sie hier eingehen Sie haben einen Gutschein dann geben Sie hier ein Cap Trader und dann ist ein gültiger Gutschein-Code und dann kriegen Sie das nämlich erster Monat für für 1 Euro können Sie es testen und die Folgemonate 39 Euro und Sie können Sie jederzeit kündigen monatlich also wie gesagt wie kommen Sie da hin einfach auf die Webseite gehen vielleicht kann der Herr Hiller das einfach mal kurz in den Chat reinschreiben und Gutschein-Code ist CapTrader und dann haben Sie Zugang zu diesen drei Strategien diese Strategie von 5 Marktgruppen kann man erweitern auf 11 Marktgruppen in dem Buch von Mip Faber ist es halt einfach unterteilt das ist sehr grob die Unterteilung US-Aktien ja klar ist eine wichtige Marktgruppe nicht US-Aktien ist die ganze restliche Welt das kann man zumindest unterteilen in Industrieländer und in Emerging Markets die Immobilien kann man unterteilen in US-Immobilien Rest-USA die Anleihen in USA und Rest aus USA und vor allen Dingen die Rohstoffe kann man unterteilen da habe ich jetzt mal 4 genommen weil das ist so gängig in der Industrie dass man das in diese 4 Marktgruppen unterteilt Energie Edelmetalle Industriemetalle und Agrar weil es klar dass Edelmetalle eine andere Klasse sind als Energie so und da kommt man auf 11 Marktgruppen und dann ist die ganze Strategie noch etwas abgewandelt und da habe ich hier die Backtests wenn man jetzt zum Beispiel immer die Top immer nur den Top 1 aus diesen 11 Marktgruppen und Monat für Monat da kommt man auf eine Rendite von 16% bei einem Maximum Drohder und von 24 aber das ist natürlich sehr sportlich dann ist man zum Beispiel jetzt voll mit 100% in einem Energie ETF das ist schon nichts für schwache Nerven deswegen vielleicht etwas Nerven schonen oder man geht immer in die Top 2 dann wäre man jetzt zum Beispiel in einem Energie ETF gewesen und mit 50% und mit 50% aber in kurzlaufenden Anleihen und wenn man das durchgezogen hätte immer in die Top 2 hätte man 14,6% verdient mit einem Rückgang von minus 27,6% und bei Top 3 hat man immerhin noch 12% erreicht pro Jahr und der maximale Rückgang war 19% und bei Top 4 hat man nur einen Rückgang von 16% und hat 11,7% im Schnitt im Jahr erreicht im Moment sieht es so aus Stand 29. September dass wir hier nur in dem Energiemarkt Long sind weil das die einzige Markgruppe ist die über dem 10-Monats-Durchschnitt sich befindet und die alle roten Markgruppen sind unter dem 10-Monats-Durchschnitt hier die Frage natürlich warum ist dieser grüne Markt dann nicht auf Position 1 sondern auf Position 3 weil ich hier bei der Rangliste nicht nur rein nach dem Trend gehe sondern auch über weitere Indikatoren wie zum Beispiel die Schwankung des Marktes sprich Volatilität berücksichtige und auch das Handelsvolumen so wie sieht es aktuell aus weil jetzt fast Monatsende ist der Energie ETF wird sehr spannend das war Stand gestern der könnte sich ganz knapp noch darüber halten über den 10-Monats-Durchschnitt aber da wird es abzuwarten sein und die anderen Märkte sind da schon drunter und dann wird man sehr wahrscheinlich dann entweder bleibt man da da noch drin oder es sind alle Markgruppen mal einen Monat lang in den kurzlaufenden Anleihen das kann auch passieren das ist die nächste Strategie das Ganze mit noch mehr Backtests erkläre ich am 5. November in Frankfurt und wenn sie sich anmelden wollen einfach hier eine Mail hin es gibt 100 Euro Rabatt im Moment Trader Kunden das waren die beiden ETF Strategien Frage zu Ivy ist mit Regel 2 stärkste Einstieg einfach nur der reine Kursverlauf gemeint es ist vor allen Dingen der reine Kursverlauf ich mache das über eine lineare Regression und das führt auch fast zu den besten Ergebnissen man kann es auch ein bisschen minimal verbessern wenn man auch die Schwankung berücksichtigt also sprich wenn man auch schaut dass die Märkte relativ stetig gestiegen sind aber im Prinzip ist der Kursverlauf ausreichend kann man bei CapTrader diese ETFs handeln da man dies bei IB nicht kann beziehungsweise erst wenn man professioneller Teilnehmer ist ist eine sehr gute Frage habe ich hier beantwortet im internen Bereich vom Firearm Depot kann ich gerade mal direkt da hingehen die ETF Strategien die sollte man am besten bei Consors handeln oder kommen direkt weil sie bei US Broker nicht direkt handelbar sind das heißt man die CapTrader Depot kommen jetzt gleich auf ihre Kosten nämlich bei den Aktien Strategien bei den Options Strategien keine Angst ich wollte jetzt einfach trotzdem mal die ETF Strategien zeigen es geht wenn man die notwendigen ETFs findet bei CapTrader und meines Wissens gibt es da ein paar Barrieren darum war die Frage sehr gut aber vielleicht kann da CapTrader dann auch noch helfen und einen ETF finden zum Beispiel beim S&P 500 ist es sicher kein Problem einen zu finden aber bei den Rohstoffen könnte es problematischer sein wie lange gilt das Angebot mit dem Gutschein danke also ich zeige es nochmal wie man da hinkommt also hierher und dann hier den Gutschein und dann hier reintragen CapTrader und das gilt bis zum 1. Oktober also bis zum Samstag noch dieses Angebot bis so IW5 oder 11 machen sie nicht wöchentlich Drawdown wird besser und Performance auch hier scheint ein Experte am Start zu sein und ich kann Ihnen sagen der Drawdown und die Performance werden im wöchentlichen nicht besser und wenn Sie das wissen schicken Sie mir gern mal ein paar Auswertungen dazu für die kurzfristigen Anleihen gibt es dann einen ETF im Feierabend Depot kann ich den dann empfehlen da gibt es sehr viele ETFs das können Sie einfach googlen gucken Sie einfach mal zum Beispiel unter der Seite justetf.com und dann finden Sie verschiedene verschiedene kurzlaufende Anleihen So was was gab es noch für Fragen macht das bei Rohstoffen Sinn sind das nicht Range Märkte Rohstoffe können sehr trendig sein das kann man nicht sagen was Range Märkte sind oder nicht so das waren eigentlich die wichtigsten Fragen genau wie wählt man die ETFs zu den Marktgruppen aus im Feierabendepot habe ich die alle hier einfach dargestellt in so einer Tabelle die sind da vorgeschlagen und das sind alles keine Empfehlungen jetzt beachten Sie den Haftungsausschluss die werden einfach hier vorgeschlagen das ist ziemlich viel Arbeit die zu finden die habe ich mir einfach gemacht und das sind aber nur Vorschläge Beispiele natürlich wenn man jetzt hier die Rohstoff Märkte vorne hat ist es auch dem Kunden überlassen einen anderen hier zu nehmen als den den ich jetzt hier einfach mal beispielhaft vorgeschlagen habe und beim IW11 wäre das jetzt zum Beispiel dieser Energie ETF und da das gleiche kurzlaufende Anleihen WKN Das habe ich schon beantwortet genau zu den kurzlaufenden Anleihen WKN findet man eigentlich zum Beispiel bei justetf.com oder wenn wir hier dann in die kurzlaufenden Anleihen gehen sollten dann teile ich das auch für die Feierabend Depot Kunden natürlich So dann kommen wir zu den Strategien die schon in den letzten beiden Webinaren vorgestellt habe und die bei CapTrader optimal umsetzbar sind und das sind auch meine Hauptstrategien und wichtig wollte ich da mal erstmal die Performance zeigen in dem Jahr die sehen Sie hier wir sind fast mit Plus Minus Null rausgegangen also Minus 3% ungefähr weil wir hier die ganze Zeit flat sind und weil wir zu Jahresbeginn hier sogar noch einen Aufwärtstrend geschafft haben mit Hilfe von den ziemlich vielen Energieaktien sowas wie Chevron Exxon und jetzt sind wir flat und das ist gut so weit zum Beispiel S&P 500 das war Stand letzte Woche ist jetzt noch schlimmer dieses Jahr 22,5% verloren hat Nasdaq 30% DAX hat auch um die 20% verloren plus DAX hat ja noch zum gegenüber dem Dollar noch verloren also wir sind hier mit den minus 3% gut durchgekommen und warten geduldig auf die Wiedereinstiege und ich zeige Ihnen jetzt das eigentlich Sie können bei CapTrader die alten Webinare sowieso anschauen wo ich dieses Mal alles behandelt habe aber ich zeige Ihnen jetzt trotzdem mal so ein paar Basics dazu weil wir haben genügend Zeit also das Feierabend Depot erprobte Faktoren für Aktien also im Feierabend Depot neben diesen ETF Strategien die ich gerade gezeigt habe bekommen Sie drei Aktienstrategien das ist das Herzstück vom Feierabend Depot und wie sind diese Strategien gebaut die orientieren sich nur noch mal kurz die Einleitung zu mir die orientieren sich an diesem Paper von dem Guido Baltusen Lorenz Winkels Pim van Vliet aus dem Jahr 2019 die drei Autoren die sind auch Fondsmanager in den Niederlanden die haben die Renditen von Aktien über 200 Jahre untersucht also wirklich alle Daten ausgewertet die sie haben und haben geschaut welche Faktoren bringen denn für Aktien Zusatzrenditen und die haben diese Faktoren identifiziert diese fünf hier hauptsächlich nämlich der Trend Dividenden Saisonalitäten Minimum Wola niedrige Schwankungen und bestimmte fundamentale Kennzahlen ich habe hier noch als Zusatzbalken das Sentiment hinzug getan aber das Sentiment kann man nicht die letzten 200 Jahre untersuchen obwohl jeder weiß das Sentiment an der Börse also wie sich die Marktteilnehmer fühlen sehr wichtig ist und was hier aufgetragen ist sind die Zusatzrenditen gegenüber dem langjährigen Durchschnitt also zum Beispiel mit einem Trend kann man den durchschnittlichen Markt um 7% schlagen mit Dividenden auch ungefähr um 7% Saisonalitäten 6% niedrige Schwankungen 3% fundamentale Kennzahlen Kursumsatz Verhältnis ungefähr 2% Der Trend ist beschrieben in diesen zwei Büchern von Pimfan Fleet High Returns from Low Risk und von Andreas Klino Stocks on the Move und die fundamentalen Kennzahlen vor allen Dingen von James O'Shaughnessy What Works on Wall Street oder auf Deutsch die besten Anlageklassen Anlagestrategie in aller Zeiten So Kleine Anekdote zu dem Buch er hat das Buch geschrieben im Jahr 2000 und dann kam gerade dieser Crash und dann haben die Leute gelästert weil dann haben sie geschrieben das Buch könnte auch heißen What Does Not Work on Wall Street weil es in solche Phasen wie jetzt die extrem schwer sind gute Renditen zu erwirtschaften und was auch gut ist wenn dann die Strategien anzeigen dass man aussteigen soll Wie funktionieren die Handelsstrategien vom Feierabend Depot das sind Faktor Investment basierte Strategien also man macht von seinem riesigen Universum solche Rankings nach bestimmten Kriterien was man dann mit dem PC auswertet also alle alle Symbole sind in so einer Liste und dann guckt man jeden Tag zum Beispiel welche haben die größte Kursstärke welche haben eine gute Saisonalität und so weiter und so fort und das sind dann die Faktoren nach denen man schaut nämlich der Trend die Schwankung und die Saisonalität gerade das was wir oben in dem Paper gesehen haben und dann gibt es noch eine Strategie die aufgrund von Sentiment arbeitet und das ist der Stoff den ich alles in den letzten beiden Webinaren gezeigt habe darum gehe ich da relativ schnell durch aber wichtig ist es trotzdem Gewinner bleiben Gewinner wenn man immer die Aktien kauft die in den letzten Monaten stark waren dann verdient man auf Dauer Geld und wenn man immer die kauft die schwach sind dann bleiben die schwach und den Markt schlägt man nur hier wäre der Gesamtmarkt das Grüne wenn man immer in den Stärksten bleibt wichtig ist auch das Universum also wenn man zum Beispiel US-Aktien handelt sehr liquide Aktien die es alle bei CapTrader gibt da ist CapTrader wie gemacht dafür dann wird man mehr verdienen als wenn man wirklich solche Aktien handelt wie irgendwelche Hinterwelt Aktien aus Indien oder so und dann fressen einem die Handelskosten auf und deswegen ist es sehr wichtig dass man bei den liquiden Aktien bleibt ich habe hier CapTrader explizit genannt natürlich gibt es auch andere gute Broker aber CapTrader steht bei mir hier an Nummer 1 auch weil sie ein gutes Helpdesk haben auch immer die Frage wie lange soll man zurückschauen hier in Tagen wir sehen hier so 230 Handelstage das sind ungefähr 11 Monate 252 Handelstage sind ein Jahr das ist optimal also wenn wir vergleichen nach den Kurzanstiegen sollen wir nicht nur gucken wie die Aktien die letzten 6 Wochen waren oder 3 Monate das wäre hier in dem Bereich sondern eher wie war es die letzten 10-12 Monate Literatur sieht es zum Teil anders Klino sieht 90 Tage als Bestes habe ihn aber mal getroffen er ist Fondsmanager in Zürich und hat auch gesagt dass sein Buch an der Stelle mehr zu Ausbildungszwecken geschrieben sei und dass es durchaus sein kann dass längere Parameter besser sind O'Shaughnessy und Kirk Patrick bestätigen hier so meine Backtests und auch Kollegen aus der Community zum Beispiel VTAD bestätigen die 10 bis 12 Monate wie lange wirkt Momentum wir sehen wenn es steil ist 3 Monate wenn wir 6 Monate zurückgucken dann geht es noch 3 Monate gut und es flacht dann immer mehr ab nach 6 Monaten flacht es ab und nach 12 Monaten ist gar kein Effekt mehr da also es ist logisch wir können nicht wenn wir nur 3 Monate wenn wir nur 9 Monate zurückschauen können wir nicht 12 Monate in die Zukunft sehen sondern wir müssen regelmäßig immer wieder gucken und immer wieder die Aktien überprüfen das ist ganz wichtig so dann die Volatilität ist auch wichtig das ist beschrieben in diesem schönen Buch da ist diese Grafik draus wenn man immer Aktien kauft die wenig schwanken bekommt man mehr Ertrag als wenn man so schwankungsreiche Aktien wie eine Tesla oder so kauft also man braucht Aktien die ansteigen und wenig schwanken gleichzeitig dafür gab es von der deutschen VTAD Verein Technische Analysten einen Preis im Jahr 2019 sehen und jetzt habe ich ein paar Beispiele aus dem Feierabenddepot mitgebracht was denn so im Depot landet ich muss sagen landete beim letzten Signal das war nämlich der 16. August es war aber nur zwei Tage long weil dann der PC sofort wieder gesehen hat wird zu gefährlich ist wieder ausgestiegen und Gutscheincode IAPM würde auch noch gelten für heute aber CapTrader gilt noch bis Samstag ein Tag länger und der Preis ist das gleiche so Exxon Mobile kam hier kurz rein ins Depot warum weil es diesen langen Aufwärtstrend hatte und weil gleichzeitig die Volatilität etwas zurückkam das ist optimal gemäß diesen ganzen theoretischen Untersuchungen und den Backtests und eine Vertex Pharma kam hier kurzzeitig rein auch lang Aufwärtstrend und niedrige Volatilität im Moment jetzt mit diesen ganzen Aktien Niedergängen findet man immer weniger Aktien die überhaupt solche Trends haben folgerichtig sind wir im Moment nicht investiert ich zeige Ihnen aber gleich mal mein Optionsdepot noch und eine ConocoPhillips das war auch ein Ölwert der kam ja auch rein und auch hier ist man dann wieder rausgegangen das ist wie gesagt alles aus dem Firearm Depot die Ausstiege sind bei den Aktienstrategien das Gegenteil von den Einstiegen also man geht immer rein systematisch immer rein in die oberen nach einem gewissen Score was man täglich sich anschaut und raus geht man einfach wenn die schwächer werden wenn die zum Beispiel aus den Top 20 fallen je nachdem welches Universum man sich da anschaut kann man dann definieren Top 10 Top 20 Top 30 so das wären die Backtests von dieser einen Momentum Strategie und wichtig ist es gibt immer solche Phasen wo der Markt abstürzt so jetzt habe ich einen kleinen Technikproblem gerade gehabt aber ist wieder gut ja wenn der Markt abstürzt dann sind diese Phasen wo man raus geht und das haben wir auch jetzt gerade und dann tut man einfach gut ran um dann die Rückgänge gering zu halten dann man hier nämlich ist schon eine relativ riskante Strategie hier wo man 40% Rückgang hatte bei einem Durchschnittsgewinn von 16% genau da muss man in solche Phasen raus in dem Jahr hat diese Strategie minus 7,7% gehabt wenn wenn hier mal die anderen Jahre angucken 2020 das werden wir natürlich nicht mehr so schnell sehen mit diesen unglaublichen Notenbank Maßnahmen also das mittelt sich raus man hat manchmal Verlustjahre aber die sollten so 5 bis 10% nicht überschreiten dann kommen die wichtigen Bremsen zum Tragen Saisonalitätsstrategie auch noch ganz kurz da hatte ich auch schon im Webinar davor mal kurz erklärt da schaut man nach Aktien die in den nächsten Monaten besonders eine gute Saisonalität haben und gleichzeitig einen hohen Trend und dann renkt man die und kauft die auch einmal pro Monat also man guckt zum Beispiel eine Caleris wenn die immer im August immer gut war dann kauft man sie zum und da hat hier noch einen Aufwärtstrend gezeigt dann kauft man sie am 1. August also der Chart ist jetzt ein bisschen älter Beispiele von saisonalen Effekten zum Beispiel hier Weihnachtsgeschäft ist ein Einzelhändler oder zum Beispiel Hauptversammlung vor der Tür im Mai dann steigt die Aktie hier von Februar bis April ist auch ein spannender saisonaler Effekt den viele nicht so auf dem Schirm haben hier ist immer die Hauptversammlung im Mai ist ein saisonaler Effekt dann wird diese Aktie vielleicht gekauft vor der Hauptversammlung keiner weiß warum oder natürlich klassische saisonale Effekte im Winter gibt es weniger Heizöl das müssen wir jetzt in der EU schmerzlich erfahren und diese saisonale Strategie hat einen sehr stetigen Backtest 22% pro Jahr mit einem maximalen Drawdown von 34% und dieses Jahr minus 6,7% ist im Moment aus dem Markt das war mal ein Schattendepot im September Werte die jetzt drin gewesen wären wenn das Feierabendepot investiert gewesen wäre hauptsächlich Ölaktien weil das die stärkste Branche war und auch saisonal gut an der Stelle briche ich das mal ab und zeige das direkt hier im internen Bereich also wir haben im Moment im internen Bereich die Position dargestellt die sind alle im Moment raus aus dem Markt die Strategien und zum Beispiel in der Sentiment Strategie die ich jetzt hier nicht gezeigt habe könnte es aber jederzeit mal wieder einen Einstieg geben gegen den Trend wenn zu viel Pessimismus aufkommt aber im Moment sind wir raus die Backtests habe ich gerade gezeigt das wäre jetzt der Gesamt Backtest wenn man alle drei Strategien vom Aktiendepot aufsummiert und genau zu 20% im Jahr mit einem Maximum Drawdown von 22% und dieses Jahr im Backtest zu minus 4% und auch in der Realität die Kurve hatte ich Ihnen ja schon gezeigt so dann sind wir auch schon ziemlich fortgeschritten ich gucke noch mal was sie für Fragen haben fürs Schattendepot ein Backtest das würde im Endeffekt der Backtest sein dass man einfach den Marktfilter raus lässt dann wäre die Performance auch noch größer ein bisschen aber man hätte die gleichen Drawdowns praktisch wie in den Indizes das heißt richtig grauenhaften Drawdown zum Beispiel 2000 bis 2003 wo der Nasdaq 80% verloren hat und dann verliert das Schattendepot auch so viel im schlimmsten Fall wenn der Markt so abschmiert und deswegen ist das Schattendepot quasi nur als Orientierung damit Leute sich orientieren können um irgendwelche Strategien damit umzusetzen aber das Feierabendepot ist in solchen Phasen einfach fläht Aktien Short ja das habe ich schon ein paar Mal angeschaut und auch im Feierabenddepot gibt es hier Videos dazu die Live Meetings sind alle da aufgezeichnet zum Beispiel Short Strategien Aktien schwierig habe ich hier zum Beispiel im Juni Live Live Meeting gezeigt Short Strategien Aktien schwierig und auch hier schon mal im Februar weil natürlich immer wieder diese Idee aufkommt dass wenn es runter geht dass man Short geht bleibt das Geld bei CapTrade dann auf dem Konto ja ich finde CapTrade ist ein vertrauenswürdiger Broker ich lasse das Geld dann einfach da auf dem Konto alternativ kann man in kurzlaufende Anleihen gehen wenn man zum Beispiel riesige Konten hat ein paar hunderttausend Euro weil dann wird irgendwann mal diese Ausfallsicherung wichtig und dann ist man besser beraten wenn man in irgendwas geht was was dann im Crash auch einen Wert darstellt wie erfolgt die Umsetzung mit Optionen konkret bei CapTrade da zeige ich gleich was dazu sehe ich das richtig es gibt im Feierabend Depot zwei ETF und drei Aktienstrategien ganz genau perfekt zusammengefasst wir haben zwei ETF Strategien die IV5 die ich vorher gezeigt habe mit diesen 3 aus 5 da fehlt es dieser Kuchen den hätte ich noch hierher malen können und die IV11 mit diesen 11 da wäre der Kuchen IV5 das innere IV11 das äußere und dann die drei Aktien Strategien hier also hier das Gesamtdepot sie bekommen jeden Tag diese Tabelle zugeschickt muss ich mal kurz aktualisieren Entschuldigung am 29 Neunten die Tabelle jeden Tag und im internen Bereich ist die und dann sind hier immer die Backtests von der Gesamtstrategie das mache ich ja so eins vielleicht jeden Monat mal neu müsste jetzt mal wieder machen Strategie 1 Strategie 2 Strategie 3 hier sehen sie mal die Sentiment Strategie die kauft immer wenn besonders viel Pessimismus da ist und ist aber ein scheues Tier die ist nur zu 40% der Zeit im Markt und jetzt auch die ganze Zeit nicht was ich auch gut finde aber sie kann noch mal wieder reinsteigen genau drei Aktienstrategien zwei ETF Strategien und ich sage noch mal wie sie dahin kommen feierabenddepot.de weil früher habe ich das nie gesagt und da haben immer die Leute gefragt wie kommen sie dahin und und dann hier wie gesagt Gutschein Code Cap Trader und die Aktienstrategien kann man super umsetzen mit dem In Cap Trader so jetzt muss man mal gucken ob es noch weitere Fragen gibt wie erfolgt die Umsetzung mit Optionen das ist das springende schöne Übergang jetzt mache ich mal hier wieder zu so Present Optionen so wichtig hier nochmal ein Disclaimer Optionsteil nur für Fortgeschrittene beachten sie die hohen Risiken beim Handel mit Optionen das kann man gar nicht genug betonen also bei Optionen da fliegt schnell mal das Geld weg insbesondere wenn man auf der Stillhalterseite unterwegs ist so wie ich und was ich Ihnen jetzt heute zeigen will das einmal das Live Depot auf Cap Trader und eine Strategie wollte ich hier nur mal andeuten mit Backtests hier und zwar auf dem Russell R-U-T gibt es hier verschiedene Backtests von 2007 bis 2015 die habe nicht ich selber durchgeführt sondern ein Kollege und bei diesen Backtests ist es quasi wichtig ja es geht jetzt um Optionen das heißt hier muss man ziemlich viel voraussetzen ich würde sagen bevor ich da reingehe erstmal der Hinweis wenn Sie das interessiert ich werde irgendwann mal nächstes Jahr werde ich da drüber mal ein Seminar oder Webinar machen dann schicken Sie mir bitte mal eine E-Mail einfach damit ich mal sehe wie das Interesse ist das ist bei mir gelaufen das habe ich jetzt live gehandelt da habe ich ein Cap Trader Konto aufgemacht das war die Performance das war heute Morgen jetzt ist sie etwas schlechter und da schauen wir jetzt mal spannend drauf und damit kann ich dann auch noch mehr beantworten so ich hoffe Sie sehen den Bildschirm ich denke es aber dann sehen wir jetzt Cap Trader und wir sind da live drin und das sind die Positionen und was ich gerade gezeigt habe in dem Backtest das war diese Strategie mit dem RUT die jetzt hier richtig dick im Minus ist so und wir sehen hier warum naja weil da habe ich ein Call verkauft und ein Put verkauft und der Call ist im Plus verkauft heißt ich habe den irgendjemand gegeben einem gierigen Spekulanten oder irgendeinem Spekulanten dem habe ich den verkauft der Spekulant hofft auf steigende Kurse die kommen nicht und er verliert Geld und ich gewinne Geld ganz einfach drum ist der hier ein Plus das grüne 536 Euro oder Dollar und auf der anderen Seite hier ist der Put den habe ich verkauft und da hat sich irgendeiner abgesichert der hat ein Put gekauft und der hatte Recht weil da bin ich jetzt schon ziemlich im Minus heute mit 687 zusammengenommen das nennt man einen Short Strangle bin ich mit dem jetzt Minus 626 heute und insgesamt Minus 1269 wenn wir jetzt mal auf das Gesamtkonto gucken sehen wir ich bin jetzt bei 33.421 Euro ich habe angefangen mit 30.000 im Mai und wir gehen jetzt mal da nochmal rein dass wir das auch mal live direkt hier sehen da öffnet sich das Client Portal von CapTrader und da sehen wir irgendwo hier habe ich angefangen und jo und dann habe ich diese Optionsstrategie vor allen Dingen gehandelt die ich hier gezeigt habe das heißt man geht her wie funktioniert die Optionsstrategie alle ja so alle 50 Tage ungefähr schreibt man diesen Strangle mit bestimmten Parametern also zum Beispiel hier 73 DTE das heißt 73 Tage Days Till Expiration also wie lange laufen die Optionen noch dann ist hier back getestet Kursziel und wo ist mein Stop weil ich muss irgendwann mal die Notbremse ziehen das darf mir nicht um die Ohren fliegen weil dann ist das Konto platt wie gesagt das kann wenn es zum Beispiel also es mal angenommen die Märkte fallen jetzt nochmal extrem hier runter dann geht es natürlich hier richtig dick in den Verlust das heißt ich muss hier auch monitoren und wenn es hier bei gewissen Verlusten steht hier sind Backtests 100% Verlust lasse ich zu 200% 300% oder hier die Gewinnziele bei 50% nehme ich den Gewinn mit was ist am besten wir sehen das Lilane hier oben 200% Verlust 75% Gewinn dann mache ich den zu und mache einfach den nächsten auf so sieht es quasi aus und das habe ich hier die ganze Zeit gemacht und hier war ich schon im Gewinn ja 6% und dann kam im Juni irgendwas so ähnliches wie hier was ziemlich furchtbar war und was mich dann hier plus 6% minus 7 minus 13% Drawdown gekostet hat dann lief das hier schön 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 und jetzt bin ich immerhin noch 11,3% im Plus in der Marktphase wo die meisten verloren haben aber wie gesagt es ist nichts für schwache Nerven und was ich Ihnen auch nochmal sagen will ganz wichtig ist hier die Margin das Risiko die Risikosteuerung ist hier wichtig und da gibt es dieses schöne Tool bei CapTrader Risk Navigator gibt es alles mögliche What If und so kompliziert wie es aber nicht machen aber wichtig ist dass man sich das eigene Portfolio mal anschaut auch das will mich jetzt wieder ein bisschen quälen normalerweise 10 Sekunden auf aber okay hier ist es schon und das ist was die meisten Menschen nicht so gerne machen aber die Risikosteuerung ist extrem wichtig ich habe jetzt hier 33.300 Euro auf dem Konto und meine Margin ist bei 16.000 ja und die habe ich auch bewusst so gewählt das ist nämlich ungefähr die Hälfte 50% man kann hier gehen so auf 60% das könnte noch okay sein aber wenn man hier auf 100% geht sprich wie würde ich das erreichen indem ich hier zum Beispiel alle Positionen doppelt hätte ja ich würde hier einfach zwei Strangle schreiben hier habe ich noch einen auf Energie der ist im Plus verschiedene Sachen alles zwei davon oder hier zum Beispiel Japanese Yen sind auch im Plus und dann hätte ich doppelte Margin doppeltes Risiko und diese Margin die kann dazu führen wenn der Markt jetzt gegen mich läuft dass im schlimmsten Fall dieser Broker mich liquidiert darum sollte man da tunlich drauf achten dass diese Margin ungefähr die Hälfte ist von diesem Net Liquidation Value und auch diese Risikokennzahlen hier Value at Risk sind auch immer so ganz gut das zeigt zum Beispiel an historisch gesehen wie viel man dann wenn es richtig schief geht der Tag dann zersägt es quasi 3000 Euro wenn es mal richtig richtig schlimme Tage aus der Historie betrachtet solche Sachen soll man sich angucken aber ich will es nicht zu kompliziert machen die Margin sehen Sie immer wenn Sie einen Trade-off machen dann steigt die an oder sie fehlt und diese Strategien die kann man auch gut kombinieren mit dem Feierabend-Depot als es eines wo ich da den Gewinn geholt habe einfach immer schön kontinuierlich diesen Russell-Strangle geschrieben obwohl er jetzt hier mal im Minus ist aber der war meistens hat man hier was mitgenommen und das zweite was ich hier mache auch das läuft jetzt gerade nicht so prächtig ich bin hier in der Schäfrohn-Aktie long weil wir im Feierabend-Depot gesehen haben Energie ist vorne ja ich gehe mit dem Trend quasi können wir mal einen Chart anschauen gehen wir einfach rechtsklick New Chart und gucken uns jetzt mal zum Beispiel die Schäfrohn-Aktie an und sehen dass die langfristig gesehen eigentlich einen schönen aufwärts Trend hat und deswegen und auch weil ich mir die fundamentale Lage angeschaut habe habe ich die jetzt quasi in meinem Depot und da schreibe ich dann immer noch so zum Beispiel Calls und kann man noch paar Prozent mitnehmen das ist dann weniger riskant weil man da quasi Optionen schreibt die man im Depot hat aber die habe ich liquidiert weil das vorgestern ja habe ich da einfach den glatt gestellt so genau das war eigentlich so für heute das Wesentliche in dieser nicht ganz einfachen Marktphase würde ich mal sagen was mir auch heute hier vorgeführt wird aber es ist halt es ist halt das Leben dass auch die Verluste dazugehören und man muss mit denen umgehen als Trader das ist wichtiger noch als mit den Gewinnen so jetzt gucke ich mal noch was es für Fragen gibt wie war die Mailadresse für das Interesse am Optionsseminar Info at captrader urban minus docs .com oder sie können mir natürlich auch schreiben an urban at feierabend depot de zum Beispiel wenn sie hier drauf gehen ist da meine E-Mail-Adresse eigentlich nein ich habe die E-Mail-Adresse jetzt ja geteilt genau die teile ich jetzt auch noch mal hier kleinen Moment mich gerade ein bisschen verloren in meinen vielen Präsentationen hier ist die E-Mail-Adresse info at urban minus docs .com unverbindlich und da habe ich noch mal ein halbes Jahr Vorlauf ich möchte nichts so halbfertiges zeigen ich meine ich mache das jetzt sechs Monate es läuft gut und ich habe auch Kollegen die das auch machen und auch schon länger und das auch anderen beibringen aber das nicht einfach insbesondere braucht es Vorbereitung also das richtet sich wirklich nur an Leute die sich mit Optionen auskennen da wäre es wichtig dafür eigentlich erstmal so eine Options Basis Ausbildung zu machen wie die zum Beispiel bei CapTrade auch angeboten wird ist das richtig Herr Heller Ja das ist das ist richtig bei Interesse da an die Info at CapTrader mal eine kurze Mail schreiben und ja dann bekommen sie da auch eine Einladung dazu wenn wir so einen neuen Grundkurs wiedergeben genau und wenn sie vorbereitet sind dann und Interesse haben und dann werde ich diese Backtest ganz genau erläutern und dann muss man gucken wie man das dann quasi im Tandem umsetzen kann aber ich will jetzt noch ein halbes Jahr warten was da alles passiert und natürlich sind das jetzt schon ganz gute Härtetests gewesen die letzten Monate es ist eigentlich jetzt sogar für diese Strategie besser wenn wenn es ab und zu so was mitmacht dann ist es schon ein bisschen mehr erprobt im richtigen Fahrwasser als wenn es die ganze Zeit so ein Jahr ist wie 2021 21 okay gut alles klar perfekt ich bedanke mich recht herzlich für das sehr interessante was sie uns heute gezeigt haben ja gerne war eine Freude ja Freude ganz meinerseits tatsächlich auch und ich hoffe ihnen zu Hause hat es ebenso gefallen wie mir und wir freuen uns wenn es mal wieder das nächste mal heißt dass sie uns was mitgebracht haben Herr Ja gerne so alle drei vier Monate machen wir ja ein Webinar zusammen und es macht mir immer Spaß und CapTrader ist einfach für die Feierabend Depot Kunden eigentlich der beste wichtigste Broker das empfiehle ich immer wieder weil ihr habt die niedrigsten Gebühren gerade für die US Aktien und ihr habt ein deutsches Help Disk das heißt es ist quasi wie Interactive Brokers aber mit der deutschen Unterstützung und gerade speziell für die Anfänger ist es einfach gut dass man jemand hat wo man mal fragen kann und auch die ganzen Hilfe Videos sind einfach eure ganze Infrastruktur sehr hilfreich mit den niedrigen Gebühren so ich bedanke mich deswegen bei Ihnen dass ich dabei sein durfte und natürlich bei den Kunden die lange durchgehalten haben auch für die ganzen guten Fragen wünsche allen schönen Abend und bis zum nächsten Mal ja tschüss wünsche ich auch bis dahin tschüss 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 tschüss